Heute ist es mir ein besonderes Bedürfnis, über die Hintergründe zum Entgiftungssystem und Glutation zu sprechen. Wir leben in einer Welt auf einem Planeten, von dem täglich 2 kg Gifte und Schadstoffe ausgestoßen werden, und zwar 2 kg täglich pro Erdenbürger. Das ist eine unglaublich hohe Summe, unglaublich hohe Zahl, die uns alle mehr oder weniger belastet, aber sie belastet uns auf jeden Fall. Und deshalb, ich habe das schon öfter mitgeteilt, gibt es an sich nur noch die Möglichkeit zu entgiften. Sich hundertprozentig diesem Ausstoß zu entziehen, durch Aufnahme zu entziehen, das geht meines Erachtens überhaupt nicht. Dazu ist es zu gewaltig, auch wenn sie sich noch so sehr auf Inseln oder schöne Landschaften in der Natur zurückziehen, so wie ich meine, es mir gelungen ist. Auch ich meine, es geht nur mit Entgiftung diesem Dilemma zu entgehen. Unsere Zellen besitzen ein Glutationssystem, also Glutationssystem, welches in den Mitochondrien konzentriert ist. Besonders hoch ist die Konzentration in den Organen Leber, Niere, Gehirn und Milz, sowie in der Dünndarmschicht und in den Erythrozyten und Leukozyten. Dort befinden sich hauptsächlich die Einrichtungen, die wir Glutationssystem nennen, und dort wiederum in den dortigen Zellen in den Mitochondrien. Unsere Körperzellen selbst haben die Fähigkeit, aus den drei Bausteinen L-Glutamin, Glycin und N-Acetylcystein das Glutation herzustellen. Also aus L-Glutamin, Glycin und N-Acetylcystein wird Glutation hergestellt. Dieser Vorgang ist auch notwendig, da Glutation als solches nicht imstande ist, die Zellmembran zu passieren. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der Glutationgehalt innerhalb der Zelle stets hoch sein sollte, im Regelfall immer wesentlich höher als extrazellulär. Für eine solche reibungslose Entgiftungsfunktion ist es also unerlässlich, dass die zum Bau von Glutation benötigten Vorstufen, also L-Glutation, Glycin und N-Acetylcystein, in ausreichender Menge im Körper vorhanden sind. Als Grundlage dafür werden unter anderem folgende Mikronährstoffe benötigt, und das sind Magnesium, Vitamin B6, Vitamin B9 und die Aminosäure Methionin. Ich möchte das nochmal wiederholen. Wir brauchen also dort als Grundlage für die Vorstufen, die in der Zelle sind, brauchen wir also Magnesium, Vitamin B6, Vitamin B9 und die Aminosäure Methionin. Wie geschieht das Zusammenspiel der Entgiftungsphasen? Die Entgiftungsphase 1 und Entgiftungsphase 2 müssen zusammenarbeiten, damit eine optimale Entgiftung des Körpers ermöglicht werden kann. In Phase 1 sind zum Beispiel die B-Vitamine, Vitamin C, Alpha-Liponsäure oder auch Selen unerlässlich. Das aktive Glutadion, das wird abgekürzt als GSH, spielt dann in der Entgiftungsphase 2 eine bedeutende Rolle. Das Institut für Medizinische Diagnostik in Berlin, IMD Berlin, fasst dahingehend zusammen. Und ich möchte hier zitieren. In der Phase 1 werden toxische Substanzen mittels verschiedener Zytochrom-P450-Enzyme reduziert, hydrolysiert und oxidiert. Die Produkte der Phase 1 sind zumeist aggressiver als das primäre Toxin, sodass die schnelle Entgiftung bzw. Ausscheidung in der Phase 2 essentiell ist. In der Phase 2 werden daher polare, hydrophile Moleküle wie Glutadion, Acetat, Cystein, Sulfat, Glycin und Glucocoronat an die Metaboliten der Phase 1 angelagert, wodurch diese dann in wasserlöslicher Form für die biliäre bzw. renale Ausscheidung zur Verfügung stehen. Zitat zu Ende. Gibt es eine Einschränkung bzw. ein Defekt innerhalb dieser beiden Phasen, kann das die Entgiftungsfunktion nicht mehr ordnungsgemäß abschließen. Das heißt, die Entgiftungsfunktion kann nicht mehr ordnungsgemäß abgeschlossen werden. Die Laborbestimmungen, die wir hier brauchen, sind Glutadion lässt sich über eine Labordiagnostik bestimmen. Dabei ist anzumerken, dass in einer gesunden Zelle das Vorkommen des aktiven Glutadions, also wieder dieses GSH, bei ca. 90% liegt, während das oxidierte Glutadion, das wohl abgekürzt als GSSH, bei nur ca. 10% liegen sollte. Kippt das Verhältnis zugunsten von GSH, ist dies ein Zeichen für einen erhöhten oxidativen Stress im Körper. Wir wissen ja, was oxidativer Stress bedeutet für die Zellen und daraus ergibt sich eigentlich immer, wenn der oxidative Stress zu hoch ist, immer alles unheil. Um also das Verhältnis von 90 zu 10 aufrechtzuerhalten, sind die zuvor erwähnten Mikronährstoffe L-Glutamin, Glycin und N-Acetyl-Cystein beziehungsweise die dafür nötigen Grundbaustoffe wie Magnesium, Vitamin B6, Vitamin B9 und die Aminosäure, Methionin unerlässlich. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass alle chronischen Erkrankungen in Interaktion mit oxidativen als auch mit nitrosativen Stress stehen. Bei chronischen Erkrankungen liegt daher neben anderen Faktoren stets eine eingeschränkte Funktion des Glotationssystems und damit eine mangelnde Entgiftungsfunktion vor. Nun müssen wir die Entgiftungsphasen unterstützen. Da wir heute einer großen Anzahl von Umweltschadstoffen, zu neutralisierenden Nährungsmitteln, Zusatzstoffen sowie einen erhöhten Stresspotenzial ausgesetzt sind, können wir für bestimmte Situationen unserer Entgiftungsprogramme über Mikronährstoffe können wir das also unterstützen. Eine Übersicht habe ich hier unter dem Video für Sie aufgestellt. Das wäre also eine Unterstützung, die notwendig ist. Und wenn weitere Informationen benötigt werden, dann wenden Sie sich bitte an mich. Diese Unterstützung ist also notwendig, um uns besser zu entgiften. Aus der Notwendigkeit heraus, dass wir vielen Giften, viel zu vielen Giften und Schadstoffen ausgesetzt sind. Wir sind auch zu besserer, aktivierterer Entgiftung verpflichtet, wenn wir mit Agilcare arbeiten. Und diejenigen, die Agilcare haben, wissen das, dass sie eben mit sauberem Trinkwasser und Zeolitsuspension das eben sehr gut tun können, und zwar ohne den Stoffwechsel zu verändern. Und hier, mit den von mir gegebenen Informationen, haben Sie die Möglichkeit, durch diese Zusatzstoffe, die ich unten aufgelistet habe, also das, was Sie hier unten finden, Ihre Situation im Glutationssystem zu verbessern und maßgeblich zur Entgiftung beizutragen und zur Erhöhung der Lebensqualität. Und das wollen wir, und ganz besonders natürlich auch jetzt in der Phase von Corona und diesen Bedingungen, und es kommt ja auf uns zu, leider erst sehr spät, die Absenkung der Mehrwertsteuer. Und wir haben uns gedacht in unserer Firma, wir geben ab sofort alle Produkte zu einem reduzierten Preis ab. Und zwar reduzieren wir um 3%. Das ist wesentlich weniger als das, was wir vorfinden, dann ab 1.7. bis zum Ende des Jahres, wo ja nur die Mehrwertsteuer um 3% gesenkt wird. Also das ist unser Beitrag, Sie noch besser in Verbindung zu bringen, zu Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität. In unserem Shop finden Sie also diese Preissenkung ab sofort. Und das gilt nicht nur für Geräte wie Agile Care, Agile Flow und andere Geräte, sondern das gilt auch für die Unterstützung mit Naturstoffen, nämlich zum Beispiel für das Naturzillit 10 Mikrometer. Ja, und über die hier unten gelandeten Stoffe, die führen wir nicht in unserem Shop, die ich hier aufgelistet habe, diese Artikel. Da wenden Sie sich bitte an den Hersteller, den ich hier auch in dieser schriftlichen Darstellung unter dem Video angebe. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, bleiben Sie gesund und viel Freude.